Wir sollen also einen verstorbenen Kollegen in die Sportszene. Wir sollen der Wahrheitsfindung dienen, Herr Brock. Gesagt, die Frauen tanzten es auf der Nase. Herr Brock, tun Sie mir einen Gefallen. Halten Sie Ihre Klappe, Herr Brock. Klarten Sie mich nicht mehr. Selbstverständlich tue ich das. Wer könnte dieser Versuchung bei einer so attraktiven Frau wie Ihnen widerstehen? Es ist mir scheißegal, ob Frau Adler das passt oder nicht. Sie stellen meine Kompetenz in Frage. Wie anmaßend? Wenn dir jemand anmaßend ist, dann sind Sie das, Herr Brock. Sie werden die Konsequenzen beizuführen. Sie werden die Konsequenzen beizuführen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.